Ich weiß, dass Galen verfolgt wurde. Irgendjemand hat ihn verschwinden lassen. Er war dein Freund, Terry. Er zählte auf dich. Und was soll ich tun? Was soll ich tun? Okay, du gewinnen. Aber nicht während Rutherford seine Runde macht. Komm, find mich zwischen Midnight und 4 Uhr. Das Institut. Hier stimmt was nicht. Das haben wir schon herausgefunden. Doch was es ist? Ja, das gilt es noch herauszufinden. Sie sah clean, aber... Spricht Syphilis und Gonuria. Okay, Gonuria. Sagt mir jetzt nichts. Syphilis? Nein, danke. Dinner. Oh, Penny. Was brauchst du? Oh, es ist so lange, seit ich dieses Terminal aufgeschaut habe. Well, aktuell 4, aber das ist der einzige in der D.C. Bereich. Was kannst du mir über Galen sagen? Mr. Daniels ist nicht mehr mit uns. Das wird nicht notwendig sein. Und ich bedanke mich nicht, um mehr Fragen zu fragen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist sehr interessant. Ui. Ey. Lass mich schelang gehen. Was ist das hier? Was ist das hier? Quartas. Geografische Terminal. Interlocation Code. Invalid Code. Scheiße. Scheißen Dreck. Sure, I want to fight communism. But how? Ja, das weiß ich nicht. Die haben sogar sein Terminal hier stehen. Okay, ähm. Ihr werdet sehen, wir werden wieder sehr viel Spaß beim Übersetzen haben. Daniels, what the fuck? Ja, Daniels, what the fuck? Penny tells me, she was reading through the history info in the lobby terminal and the number of active IRCs still says five. Was willst du denn, Katze? Ja, sag mal, was willst du? Du hast mich schon beim letzten Projekt genervt. Da hat man im Hintergrund Miau Miau gehört. Ach komm, wie ist der was? Raus hier. Ah, nicht wundern, ich hab grad nur... Ja, ich glaub, ihr habt schon von meiner Katze mitgekriegt mittlerweile. Ähm. Ich hab sie nur mal eben draus gelassen. Okay, äh. Penny erzählte mir, dass sie das letzte Mal, als sie durch die Historie... oder History... der Historie... vor dem Lobby Terminal geschaut hat, dass die Nummer der aktiven IRCs immer noch fünf sagt. I don't know what you did wrong, but fix it today. Ich weiß nicht, was du falsch gemacht hast, aber... ja, fix it today. Äh, fix es heute. I'm holding you responsible for any time I waste dealing with suspicious questions. Ich werde immer sagen, dass du schuld bist für all die Zeit, die ich verschwende, wenn ich mit... ähm... suspicious questions... Suspicious war so... Was war genau suspicious? Wörtlich übersetzt. Das weiß ich grad nicht. Suspicious. Hab ich falsch geschrieben, verdammt. Immer noch nicht. Da. Ja. Mit verdächtigen... Mein Gott. Verdächtigen Fragen. Rutherford. I have nothing negative to say about Dr. Rutherford or any of the other stuff. Ich habe nichts negatives über Dr. Rutherford oder irgendjemanden der anderen Leute zu sagen. Und ich würde dich gerne, ähm, daran erinnern, dass es ziemlich dumm ist, diese Sorte von Meinungen durch E-Mails zu teilen. I'm off at eight tonight. I'll talk to you then. Ich habe um acht Schluss heute Nacht... Ach... Ja, heute Nacht. Ich werde damit hier reden. The unexamined life is not worth it. Unexamined... An... An... Es ist das... Ungeprüft... Ok. Das ungeprüfte Leben ist nicht... ...wert zu leben. Oder nicht wert des Lebens. Package... still nothing Mr. Daniels immer noch nichts Mr. Daniels when it does arrive it will be delivered to you wenn es ankommt dann wird es direkt zu dir geschickt oder dir gegeben please stop asking Penny bitte hör auf zu fragen hey Penny just wanted to check if the package for me has shown up yet thanks Gail ja wollte nur fragen ob die ob das Paket für mich da ist eh 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 what the hell Kronkorken Lügen wie im Kongress ach ja das passt ja zu Mr. Rutherford Ötland Chirurgen Outfit was haben wir da unten blaue Zutrittskarte rote Zugriff Blasting Chart der hat eine Kronkorkenmine da drin also Lügen wie im Kongress können wir gleich lesen ok das ist gesperrt dann würde ich gerne mal wissen wie spät es ist 1 Uhr PM wir wollen ja bis 24 Uhr oder so vielleicht wollen wir noch viel länger schlafen wir sagen nur einfach stopp also um eins zu sagen ok jetzt wow Penny haben wir jetzt zusammen geschlafen äh was willst du jetzt mit mir reden ne du bist hier nicht verdammt hey Terry es ist Zeit wieso ist Galen so ein sensibles Thema ich sagte nicht über das ja lass uns darüber reden was wirklich hier abläuft wo soll ich beginnen überall was haben die Nummer der IRCs damit zu tun ich weiß nicht außer dass Dr. Rutherford es nicht jemanden darüber zu sprechen du kannst nicht von mir erwarten mein Leben für nichts zu riskieren was oh ich habe nicht wirklich viel hier take diese Stimpaks noch mehr Stimpaks wenn du kannst Galen vielleicht kann er mehr für dich was passierte wirklich mit Galen Honestly I don't know Galen said he'd stumbled on something but I told him I didn't want to know du bist aber ein guter Freund nee doch das sag ich du bist aber ein guter Freund ja ist doch so denk mal nach wieso würde jemand ähm Galen verfolgen Galen Galen und Rutherford never got along but something changed recently he said something about a package that would finally put Rutherfucker in his place blackmail maybe I don't know verstehe Galen ist Fakt dafür stehst du jetzt auf ist da wirklich irgendwas zwischen Rutherford und Penny seriously is that really what you want to talk about ja so was habe ich zu tun oder was sollte ich tun mit dem ganzen hier oder über das ganze hier ich habe eine Ahnung first things first have you got his encrypted holotape what I'll take it that's a no Galens email said something about an insurance policy I've got the cipher but you'll have to get your hands on that holotape before we can go any further okay I have to go what okay er hat was über das Bett gesagt dass es unter dem Bett ist und da er nun mal hier dabei ist also hier haben wir ein book of science unterm Bett wieso kann ich eigentlich in dem schlaf da hab's nein ich will das ich will das holotape ich will das holotape kannste mal bitte aufstehen dass ich dich nicht beklaue es interessiert mich nicht geh weg diesmal gibt es keinen ausweg was was ich will ich will doch was mich alle in Ruhe hab ich nichts getan hab ich nichts getan ich hab das ich hab das okay hier take die cipher pass pass twilight is terminal is the only access to evan nerf lab key hey what have you learned einiges the tape hat ja okay das holoband hat das passwort von rutherfords computer irgendwas über das ivanov labor jesus galen all right look go see what you can find on rutherfords computer ja mach aber wenn du access to ivanov lab you're gonna need rutherfords id card was is ivanov lab i don't really know rutherford is the only one with clearance the one time i saw the name in an e-mail and asked him he blew up in my face we use id scanners to maintain security around here like the one in the entryway i'm almost certain rutherford is the only one with clearance so you can bet there's a scanner to keep us out can you schnell klauen wie soll ich rutherford id bekommen klauen well if you've got quick fingers you might see if you can lift it off him yeah but if you're going to try you better be damn confident in your abilities if rutherford catches you you're liable to disappear yourself hey is uncool ich könnte seine kleidung klauen ohne dass er es mit bekommt best of luck if I don't see you again I know why das schaffe ich ist ja wohl nicht schwer ich meine wir haben sneaking also wir sind verdammt laut aber wir haben sneaking oder schleichen halt auf 100% somit dürfte das klappen wieso sind wir erkannt ok wir speichern muhahaha aber wir wollen auch sein nein ich werde jetzt nicht cs spielen download ivanus test lab ok ich habe irgendwas geöffnet aber das werden wir in der nächsten folge suchen von let's review institute institute